Das ist Quatsch. Okay, alles Quatsch, vergiss mal. Ja, aber gut. Wie wolltest du's machen, Freddy? Bin ich auf dem alten Stand? Wir haben da noch nicht so richtig einen Plan, aber wir machen's schon. Jawoll! Es wird alles ganz fantastisch und volumeniert. Wie immer hat Freddy keinen Plan. Wir machen den Plan daraus. Es wird ein Best-of-Ing-Special. Deshalb spreche ich euch, es wird ganz speziell. Die davon wär auch für Veranstaltungen gemacht. Für deine definitiv. Wer kommt denn nächstes Wochenende in die Fabrik zum Nirvana-Plakt-Konzert hier? Bei mir steht's im Kalender. Bei mir steht's auch im Kalender. Fünfter, vierter. Ich hab dich in der Maske gelesen. Ich spiel Geige. Ist das jetzt der Moment, wo du Applaus bekommst und ich die Kröße reite? Wahrscheinlich. Ich hab heute meinen paramilitärischen Look gewählt. Zum Thema Gartenarbeit. Weil in deutschen Gärten herrscht täglich Krieg. Ich hab heute einen Plan. Ich hab das jetzt. Ich hab das jetzt. Ich hab das jetzt. Der Tag vergeht, die Woche kommt zur Ruhm. Im warmen Frühlingslicht hab ich mich meinem Garten zu, ließ den Duft der Azalean. Welch Freude ihnen beim Wachsen zuzusehen, in diesem Paradies auf Werden. Und mich der Allmächtige über Vergehen und Werden, die Vögel sind schön anzuschauen. Doch ihre schiefen Lieder beschämen meinen Flieder. Wenn es Abend wird am Meer ich den Rasen, wird es Nachtzu ich den Maul vergasen. Und die Wühlmaus, die beißt gleich mit ins Gras. Denn wenn hier einer umdreht, dann wär ich das. Ich bin ein großer Freund der Natur. Doch wenn sie einfach macht, was sie will, dann schalt ich auf stur. Drei Tropfen in die Milch für die Igel. Dem Durst im Stacheltieb wachsen Engelsflügel. Wenn es Abend wird am Meer ich den Rasen, wird es Nachtzu ich den Maul vergasen. Und die Wühlmaus, die beißt gleich mit ins Gras. Denn wenn hier einer umdreht, dann bin ich das. Der Schotkirchenskehle wird rötter und rötter. Und der giftgrüne Kaufmann sterbe, immer platzer und töter. Wenn es Abend wird, dann schneide ich die Hecke. Wird es Nacht, bring ich die Schnecke um die Ecke. Und die Kröte, die beißt gleich mit ins Gras. Denn wenn hier einer umschleift, dann bin ich das. des Nachbarskater. In der Nacht stirbt mich der Nachtigallgesinger. Und beim Morgen sprengt sie über die Klinge. Und die Amsel, die beißt gleich mit ins Gras. Denn wenn hier einer singt, dann bin ich das. des Nachbarskater. Hebt das Schwänzchen zum Fuß. Ist ja falscher Ort, falsche Zeit, Alter. Und kurz darauf fahren wir sie. Schmuss. Juhu IN más 24 Juhu IN más 24 Wer davor nichts zu tun hat, der sollte unbedingt am Brauersberg vorbeischauen, in der Heizbrauerei. Dort ist nämlich auch Tag der offenen Tür und da geht es um die Proberäume in Potsdam, Leute. Ein Thema, was uns immer wieder alle angeht und nicht unter den Tisch gekehrt werden soll. Seid mal noch hier und sag mir doch mal, wer der nächste Künstler ist. Stimmt. Jetzt brauche ich natürlich mehr hin. Kai Behrendt! Kai Behrendt ist gerade!